Sooo, wir sind in der Victory Road und Toxik ist wieder da mit Let's Play Booth und Snakewood. Und wir sind ja letztens sogar den anderen Weg noch etwas lang gegangen, um zu sehen, dass es da nicht weiter geht. Das Wicke Knoos jetzt hier lang geht. Wieder ein Weg, der von den Steinen weggeschritten wurde. Das deutet alles darauf hin, dass wir gar keine Stärke brauchen und das ist das Ende der Victory Road. Ah, komm her. Ich nehme jetzt keine Angst vor dem Starfleet ein bisschen. Ich wollte dich eigentlich reinbringen, aber das Ding holt es ja nicht, damit wir drauf gehst und stärker. Aber Crunch, schönes Ding. Oh, ich Crunch it down. Okay, meine Rivale sollte hier eigentlich auf mich warten. Ich weiß zwar jetzt nicht, was die Dätten mal so nahe als war. Aber das könnte dann doch etwas kompliziert werden. Ich meine, Sound und Licht und Geist fieh ich ja, deswegen tue ich jetzt nur Smiley nach vorne. Oh, ich ne? 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 jetzt ach du scheiße das würde mich gleich so ok das war richtig knapp ach du scheiße ach du kacke das ist nicht gut rihon oder ryden was warum ziehen die so 12 millionen ab ab mein gott das kann doch nicht wahr sein und natürlich klar jeder doch ein ente in der tasche ne so ehrlich so nicht what the fuck oh mein gott unnötig nein 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 der muss sich jetzt mit kaum ein nein natürlich krieg ich krieg natürlich ein burn ich das kann ich muss das gar nicht sagen oder das kann extra sensory das muss ja sein das 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 ist ich Na gut. Ich sag da sogar nichts. Ich, ich, glaube, ich bin jetzt einfach leise mit diesem Match. What the fuck? Mein Gott. Hauptsache, der brustet sich jetzt weiter mit Kormann. Du, dieser Dreckgewichs. Natürlich kriegt er noch ein Critical Hit. Er muss ja noch ein Critical Hit kriegen. Boah, dieses Spielfalle... Brinkt einen echt stark zum Ragen. Okay, nee, sorry, das tut mir jetzt echt leid, ob ich leide auf die Zellstate. Einfach vom letzten Part, geht das nochmal hin. Boah, nee, echt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Oh, nee, das nervt mich nicht so richtig. Ich weiß nicht mehr, was er hat. Ich, glaube, das... Nee, nicht. Das war ein anderer, egal. Ich gehe dafür zu ihm hin. Was hast du, blablabla? Ja. Das war das, Armee. Oh, nee, ehrlich. Das kann man nicht. Das kann man nicht. Danke. Boah, ehrlich, der geht ja sowas von nicht klar. Nennt mich jetzt Kackwohnen, ist mir scheißegal. Was, was tue ich jetzt gerade hier? Ich bin nicht da total... ...hinde. Jetzt komm her. Ich... ...gibst du die Fresse. Geht doch. So, Ariyama. Da lass ich sie wieder drin. Das war so klar, dass das durchgeht von... Nee. 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 nicht das so geht hier auch rein auf Parallels hab ich ihn gelegt das ist der Erste Danke Smiley nicht ehrlich wenn ich jetzt noch nicht mal in die Liga kann dann dreht mich das richtig auf mir fehlt der vierte der acht Orden das heißt mir fehlen an vor allem Stärke das ist ja klar und Kaskade das ist sicher richtig oder? ja sicher richtig shit hab nur die erste Box angebrochen ne? ja ich guck mal kurz wie lange der Partner ist so ich habe gerade gemerkt dass mein Mikro bei den letzten Aufnahmen etwas leise war deswegen habe ich jetzt mittendrin mal umgeschaltet ich hoffe das ist jetzt besser weiß ich nämlich nicht ich weiß jetzt nämlich nicht was ich jetzt noch machen soll ich will nämlich jetzt erstmal gucken ob ich überhaupt in die Liga rein kann okay ich kann in die Liga das heißt nächsten Part wird es dann in die Liga gehen ach du scheiße was soll ich mit dem Team in der Liga ich hab keine Ahnung muss kurz gucken ich könnte irgendwas mit Feuer vertragen aber nein ich glaube ich gehe mit den fünf rein sonst würde man das ja in den nächsten Part sehen ich weiß nicht wie lange der war aber ich muss den Party beenden Entschuldigung ja ich muss den Party beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wenn es in die Liga geht von Pokémon Snakewood und ich glaube ich hab da eine Überraschung für euch aber das seht ihr dann nächstes Mal also bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Snakewood mit Antoxi also tschüss